Bei der Vollversammlung gibt es die großen Plenarveranstaltungen, die Gottesdienste, morgen am Sonntag das Stadion mit vielen tausend Leuten, aber es gibt auch kleine Gruppen. Wir haben hier eine Kleingruppe, eine sogenannte Village Group. Bettina Westfeld, was sind die Village Groups? Die Village Groups sind ein Zusammentreffen von ca. 20 bis 30 Personen. Sie sind so zusammengesetzt, bei uns ist es der Fall, dass sie alle eine Sprache sprechen, also wir sprechen hier alle Deutsch, aber wir sind eine ganz internationale Gruppe, von Chile bis Slowenien, von Deutschland bis nach Ungarn. Und wir haben hier die Möglichkeit, Themen, die wir im Gottesdienst, in den Andachten und vor allem auch im Plenum bereits erörtert haben, noch mal im Detail zu besprechen. Hier können alle zu Wort kommen. Im Plenum mit 300 Personen können immer nur 5 bis 10 Menschen sprechen und ihre Meinung miteinander austauschen. Hier können wir das alle miteinander tun. Wir können auch Ideen sammeln für Resolution und für die Abschluss-Message. Das ist von großer Bedeutung für das Ergebnis unserer Vollversammlung. Vielen Dank.